Nein! Hoppla! Hau! Für meine blinde Liebe. Mach dir keine Sorgen, das werden wir... Die Zahlung wurde leider abgelehnt. Liebling, keine meiner Kreditkarten funktioniert. Ruf mich an, wenn du kannst. Oder am Ferrand? Monsieur Ferrand hat seit letztem Jahr schon alle zwei Wochen große Summen abgehoben. Das ist unmöglich. Sag mal, was tust du mir hier an? Komm jetzt sofort nach Hause! Eleganz ist kopf. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Er ging in Bordelle. Dort ist das Geld. Vielleicht hat ihm zu Hause etwas gefehlt. Er ist weg, Mama. Er hat alles gestohlen. Ich möchte nur wissen, wie viel. Also, der Tarif variiert zwischen 600 und 1800 pro Stunde. Laut der Papiere sind Sie zu gleichen Teilen verantwortlich wie Ihr Ehe. Alles, was ich hatte, steckt in dem Apartment. Ein Kunde möchte ein Abendessen mit dir. Do you want a massage? Nur die Schuhe müssten Sie wechseln. Ich habe sowas noch nie gemacht. Du bekommst dein Geld im Voraus. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und den Rest bestimmst einfach du. In meinem ganzen Leben hatte ich noch nie so viel Freizeit. Glaubst du, ein Gericht würde einer Mutter mit diesem Job ein Kind zusprechen? Wo ist diese Liebe, François? Das wagst du nicht. Ich musste meinen Sohn durchbringen. Ich kann dich nicht gehen lassen. Ich fürchte, das ist nicht deine Entscheidung. Und das ist nicht dein Geld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017